Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, ich möchte am heutigen Tag über ein besonders wichtiges und aktuelles Thema zu Ihnen sprechen, nämlich über Ehrfurcht und Ehrfurchtslosigkeit. Und wir wollen versuchen, diese unserer Ausführungen in zehn Punkte zu kleidigen. Eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes ist die Furcht. Das heißt die Ehrfurcht vor Gott und Göttlichem. Die Ehrfurcht vor dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Wie sehr uns heute der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi wählt, wird in der Ehrfurchtslosigkeit unserer Zeit in erschreckender Weise offenkundig. Erstens. Der moderne, aufgeklärte Mensch weiß nichts mehr von der Erhabenheit, Majestät und Heiligkeit Gottes, noch von der Absolutheit der Wahrheit, die ein Name Gottes ist. Für ihn ist Gott allenfalls ein Partner, mehr noch eine Funktion seiner eigenen Wohlstandsbedürfnisse. Gott ist für ihn reine Liebe und der Ausschluss seiner Gerechtigkeit. Anbetung Gottes, demütige Unterwerfung und die Pläne seiner Vorsehung sind ihm fremd. Dagegen ist ihm das, ich will mich dienen, Luzifers tief eingefleischt. Die Menschenrechte, das heilige Wissen, der grenzenlose Egoismus, treten an die Stelle der Gottesrechte. Der heilige Paulus spricht im zweiten Thessalonikerbrief, im zweiten Kapitel, im zehnten Vers, im Zusammenhang mit dem Auftreten des Antichristen davon, die Menschen hätten die Liebe zur Wahrheit, die sie retten sollte, sich nicht zu einem gemacht. Der Relativismus und die religiöse Gleichgültigkeit sind eine besondere Form der Ehrfurchtlosigkeit unserer Tage. Zweitens, wer Gott im Allgemeinen die ihm geschuldete Ehrfurcht nicht entgegenbringt, der erweist sie auch nicht dem eucharistischen Herrn. Ist nicht die Verbannung des Tabernakels aus dem Zentrum vom Opferaltar in eine Ecke der Kirche, hinter eine Säule, ein Frevel? Und geschieht dies nicht, weil der geheimnisvoll gegenwärtige Gottmensch den mündigen Christen stört? Wo aber Gott aus dem Zentrum unserer Heiligtümer entfernt wird, da wird er auch bald seinen zentralen Platz im christlichen Leben räumen müssen. Ehrfurchtlosigkeit ist die vergiftete Quelle der Hand- und Stehkommunion. Der moderne Mensch will sich vor Gott nicht mehr niederwerfen, will vor ihm seinen Schöpfer nicht mehr in die Knie sinken. Was geschieht so dann mit den unbeachtet zu Boden fallenden Teilchen oder manchmal ganzen Hostien? Die Menschen zertreten sie achtungslos. Nach dem Tode von Papst Johannes Paul II. wurde gar im Internet eine Hostie in einer seiner Messen konsekriert versteigert. Welch himmelschreiender Frevel. Drittens. Ehrfurchtlosigkeit hat sich des Geistes und des Herzens vieler Theologen im Umgang mit der Heiligen Schrift bemächtigt. Stellen, die ihnen missfallen, wie zum Beispiel die Fluchpsalmen, die die Sünde aus dem Angesicht Gottes verbannen und den Sündern in Strafe bedrohen, streichen oder fälschen sie. Die Wunderberichte im Neuen Testament sind für sie fantasievolle Ausschmickungen eines vielleicht wahren Kerns. Sie zensurieren schlicht und einfach den Heiligen Geist, indem sie bestimmen, was er gesagt haben darf und was nicht. Für sie ist die Heilige Schrift nur Menschenwort. Keinesfalls ist der Heilige Geist ihr Haupturheber. Ein erschüttenes Beispiel dafür ist die Leugnung eines großen Teiles der Wunder im Buch von Kardinal Walter Kasper, Jesus der Christus. Diesen modernen Theologen fällt es auch nicht schwer, Hand an die Wandlungsworte zu legen und lüdenrisch zu behaupten, Christus habe im Abendmahlsaal gesagt, sein Blut werde für alle vergossen. Sie legen also dem Herrn falsche Aussagen in den Mund. Denn die Einsetzungsworte heißen nun einmal sowohl im Lateinischen wie auch im Griechischen wie auch im Hebräischen für viele und nicht für alle. Denn wohl ist Jesus seiner Absicht nach für alle gestorben und das Blut Christi reicht in seiner Lösungskraft für alle aus, aber alle nehmen die Kraft dieses Blutes aufgrund eigener Schuld nicht an und folglich werden nicht alle gerettet. Und bei den Wandlungsworten ist eben die Rede von der Heilswirksamkeit nicht vom Heilsangebot. Viertens Unsere Kirchen und Heiligtümer sind längst in ihr Städten der Andacht, der Ersammlung und des Gebets. Sind die jährlich immer wiederkehrenden Narrenmessen nicht ein einzigartiges Ärgernis? Dazu sind unsere Kirchen nur noch zur Attraktion den schlecht gekleideten Touristen geworden, von denen keiner mehr eine Kniebeuge vor dem wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtigen eucharistischen Gott macht. Dazu kommen die schrecklichen Jugendgottesdienste mit Disco-Atmosphäre, Coca-Cola und Chips. Jesus hat im Evangelium die Händler und Verkäufer im Tempel zu Jerusalem mit einer Geisel und mit den Worten vertrieben, mein Haus ist ein Haus des Gebetes, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ehrfurchtslosigkeit der Eucharistie gegenüber. Ehrfurchtslosigkeit der Heiligen Schrift gegenüber. Ehrfurchtslosigkeit an heiliger Städte. Ehrfurchtslosigkeit macht sich auch breit den heiligen Zeiten gegenüber. Fünftens. Unsere Vorfahren wussten genau zu unterscheiden zwischen Sonntag und der Tat, weil sie das dritte Gebot Gottes und das entsprechende Gebot der Kirche mit all ihren Volkungen kannten. Sie ruht am Tag des Herrn von der Arbeit der Woche, nahmen am öffentlichen Gottesdienst der Kirche teil, beteten und bildeten sich im Glauben weiter, verbrachten diesen besonderen Tag im Kreise der Familie und oblagen den Werken der Nächstenliebe. Der säkularisierten Gesellschaft ist diese Unterscheidung vollkommen abhandengekommen. Und das beginnt bei der Kleidung. Der sonntägliche Anzug und das sonntägliche Kleid sind im besten Fall durch Freizeitskleidung und den Sportaufzug ersetzt. Normalerweise bei der Jugend oft durch T-Shirt, Blue Jeans und Tinnisschuhe. Der Sportplatz ersetzt die Kirche. Die Bauern, früher ein gottesfürchtiges Geschlecht, bestellen heute ihre Felder und bringen ihre Ernte am Werttag wie am Sonntag ein. Die Lastwagen rollen mehr und mehr sieben Tage von sieben Tagen in der Woche auf den Straßen. Die Änderung der Ladenschlusszeiten höhlen den Sonntag immer mehr aus. Wissen unsere heutigen Katholiken noch, was geschlossene Zeiten sind? So werden die Advents- und Fastenzeit bezeichnet. Die erste als Vorbereitung der Geburt, die zweite als Vorbereitung des Leidens und der Auferstehung des Herrn. Vorbereitung in Stille, Gebet und Buße, wo früher jede feierliche Hochzeit und jegliche weltliche Lustbarkeit ausgeschlossen war. Aber lang, lang ist sehr. Sechstens Ehrfurchtslosigkeit macht sich auch den gottgeweihten Personen gegenüber bemerkbar. Und leider kommt dies in erster Linie von diesen gottgeweihten Personen selbst. Im Evangelium sagt der Herr in der Bergpredigt, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz schal wird, womit soll man es salzig machen? Es taugt so nichts mehr. Man wirft es hinaus und es wird von den Menschen zertreten. Sind die heutigen Priester und Ordensleute von Ehrfurcht ihrem eigenen Beruf gegenüber erfüllt? Tragen sie stolz als Zeugen Jesu Christi das geistliche Gewand? Verhalten sie sich als gottgeweihte? Sind sie wirklich das Licht der Welt? Oder werfen sie sich nicht vielmehr selbst weg in Buhlen um das Wohlholen der Massenmedien und um die Gunst der Jugend, von der sie sich mit dem Vornamen und mit Du anreden lassen? Wo die Selbstachtung fehlt, da fehlt auch bald die Achtung bei Untergebenen und in der Umgebung. Siebtens Die Ehrfurchtlosigkeit vor den Eltern ist auf einen unvorstellbaren Tiefpunkt gesunken. Und dies ist nicht in erster Linie die Schuld der Kinder, sondern die Schuld der Erwachsenen. Noch vor 50 Jahren gab es hierzulande Kinder, die ihre Eltern mit ihr anredeten. Und dies war nicht höfische Verzierung oder barock Beschnörpel, sondern Ausdruck der Achtung denjenigen gegenüber, die an der Autorität Gottes teilhaben. Heute reden Kinder ihre Eltern nicht nur mit dem Vornamen an, sondern leiten einen Prozess wegen einer Ohrfeige gegen diejenigen ein, ihnen das Leben geschenkt haben und somit nach Gott ihre größten Wohltäter auf Erden sind. Gleichermaßen ist die Ehrfurcht vor dem Alter, dem grauen Haar und der christlichen Lebensweisheit verschwunden. Hat aber nicht der Schöpfer im ersten Boot auf der zweiten Gesetzestafel die Ehrfurcht vor den Eltern geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das es dir wohler geht und du lange lebst auf Erden. Achtens. Nicht besser bestellt ist es wie der Ehrfurcht vor der kirchlichen und weltlichen Autorität. Wir alle wissen, dass die Träger der einen und der anderen nicht immer die würdigsten Männer oder Frauen sind. Viele sind heute sogar ausgesprochen verdorben. Und doch müssen wir sie achten, nicht wegen ihrer Würdigkeit, sondern weil sie teilhaben an der Autorität Gottes. Omnis potestas andeo Alle Gewalt, alle Autorität kommt von Gott, sagt der heilige Paulus im ersten Vers des 13. Kapitels des Römerbriefes. Und er fährt fort, wer darum der Gewalt widersteht, widersteht Gott. Dazu zwei Beispiele, die uns die Achtung unwürdigen Autoritätsträgern gegenüber verstehen lassen. Das eine aus dem weltlichen, das andere aus dem geistlichen Bereich genommen. Erstes Beispiel also. Als Gott Saul dem ersten König in Israel wegen seines Ungehorsams verbarf und dem verborgenen David an seiner Stelle erwählt hatte, da begann Saul eine schreckliche Verfolgungsjagd, um David zu töten. Bei dieser fiel Saul selbst zweimal in die Hände Davids, der ihn hätte leicht unschädlich machen können. Doch er verwehrte es sich mit den Worten, ich will mich nicht an meinem Herrn vergreifen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So berichtet im ersten Buch der Könige Kapitel 24 Vers 11. Zweites Beispiel. Mit dem Tome Jesu ist das Alte Testament aufgehoben. Der neue und ewige Bund in seinem Blut ist gestiftet. Das Zerreißen des Vorhangs im Tempel zu Jerusalem lässt dies sinnfällig erkennen. Also ist das hohe Priestertum erloschen. Der hohe Priest als solcher hat keine wahre Autorität mehr innen. Paulus wird nun eines Tages vor den hohen Art geschleppt, um sich wegen seiner Tätigkeit als Apostel Jesu Christi zu verantworten. Weil er sich zu verteidigen beginnt, lässt ihn der hohe Priester Ananias auf den Mund schlagen. Paulus ist darüber empört und nennt ihn eine überdünnigte Wand. Doch die Umständen verweisen es ihm. Du schmähst den hohen Priester Gottes. Und Paulus entschuldigt sich. Brüder, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist. Es steht allerdings geschrieben, den Vorsteher deines Volkes sollst du nicht schweben. So berichtet im 23. Kapitel der Apostelgeschichte. Neuntens. Wer die Ehrfurcht Gott gegenüber mit Füßen tritt, bei dem kann sie auch dem Menschen gegenüber nicht hoch im Kurs stehen. Wer konsekrierte Hostien dem zertreten werden preisgibt, der wird auch bald den Menschen und das Menschen wie lebt als wegwerfbare ansehen. Was wir schon öfter sagten, wiederholen wir deshalb an dieser Stelle. Zwischen der unseligen Handkommunion auf der einen Seite und dem Verbrechen der Abtreibung und der Euthanasie auf der anderen Seite besteht ein enger geistiger Zusammenhang. Wer nämlich den Schöpfer nicht anbetet, der kann der Schöpfung nicht in Ehrfurcht begehen. Wer Gott missachtet, verachtet bald auch den Menschen. Schließlich Zehntens Die Ehrfurcht vor der Schöpfung als dem Werk Gottes ist durch Materialismus und Funktionalismus fast ganz verschwunden. Die Erde wird nicht mehr bebaut, gepflegt, kultiviert, sondern ausgebeutet. Der Rubel, besser gesagt der Euro, muss rollen. Künstliche Befruchtung, Genmanipulation, Stammzellenforschung und Klonen sind sündhaftes und verbrecherisches Tun, der Ordnung Gottes vollkommen entgegengesetzt. Wo sich der Mensch an die Stelle Gottes setzt. Noch mehr die jetzigen Bemühungen von Wissenschaftlern, aus Kreuzungen von Menschen und verschiedenen Tierarten Schimären zu züchten. Auch dem menschlichen Leib gebührt Ehrfurcht, insbesondere wenn er von einer getauchten Seele bewohnt ist oder war. Selbst der im Saal ruhende Leichnam wird in die Kirche getragen, mit Weihwasser besprengt und insensiert, um anschließend dem Weizenkorn gleich in die Erde gesenkt zu werden. Die umsicht greifende Kremation ist ein brutales Zerstörungswerk und mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar. Dazu steht sie im Zusammenhang mit der Leugnung der leiblichen Auferstehung. Nach dem Tode sagen die Leute ist alles aus. Die Ehrfurcht drückt sich auch in der Kleidung aus, welche den Leib bedecken und nicht entblösen soll. Schamlose Kleidung wie auch die Einebenung der Unterschiede unter den Geschlechtern sind der Würde und Bescheidenheit der Frau entgegengesetzt. Sie stehen nicht im Einklang mit den Gesinnungen des Schmerzensmannes von Reugeltar und seiner reinsten Mutter, sondern sind eher eine Anleihe bei Emanzentum und Feminismus. Auch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften durch das Gesetz ist ein Umstürzen der göttlichen Ordnung. Auch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften durch das Gesetz ist ein Umstürzen der göttlichen Ordnung. Kommen wir zu den Folgerungen. Die christliche Kultur, liebe Gläubige, ist wesentlich Ehrfurcht in Unter- und Überordnung. Befehlen um des Wohles der untergebenen Willen, gehorchen um Gottes Willen. So war es die ganzen christlichen Jahrhunderte hindurch. Sie waren Jahrhunderte der Ehrfurcht. Zu dieser Kultur, die Adel, Würde und Schönheit ausstrahlt, muss uns der lebendige Gottesgeist zurückführen. Gott zu erkennen, ihm in Ehrfurcht zu dienen, ist wesentlich christlicher Lebensvollzug. Darum bezeichnet sich diejenige, nämlich die Mutter Gottes, die der Sitz der Weisheit ist, als die Mutter der schönen Liebe und der Gottesfurcht, der Erkenntnis und der heiligen Hoffnung. Zwischen Gottes Erkenntnis und Ehrfurcht besteht also ein untrennbarer Zusammenhang. Sind darum hinaus nicht die Kirche jeden Sonntag in der Vespa im Psalm 110 Initium Sapientia Timo Domini Der Anfang aller Weisheit ist die Furcht des Herrn. Offensichtlich ist uns die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vom Schöpfer und seinem Schöpfer vollkommen abhanden gekommen, weil uns die Gottes Erkenntnis fehlt und deshalb ist dieses Geschlecht ein so törliches. Komm Heiliger Geist Du Geist der Wahrheit der Liebe und der Ehrfurcht Erneuere die Geister Erneuere die menschlichen Herzen Erneuere das Angesicht der Erde Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Amen